so ihr lieben herzlich willkommen zurück auf meinem sports gaming channel heute starten wir also in nhl 24 die bie pro karriere die ich letztes jahr ja auch mit dem torhüter schon begonnen hatte ich habe noch mal extra nachgeschaut auf dem kanal es waren ja glaube ich dann sechs folgen die eigentlich in den monaten drauf echt gut geschaut worden sind insofern wollen wir mal versuchen daran anzuknüpfen auf den steuerungstypen gehe ich jetzt nicht weiter ein das hatte ich im angespiel thematisiert wir konzentrieren uns jetzt hier auf die karriere und ich wünsche uns allen gemeinsam viel spaß leute wir telefonieren hier höchstwahrscheinlich mit unserem agenten können wir mal von ausgehen ja jetzt geben wir mal einen namen ein ich habe mir jetzt komplett was ausgedacht ich wollte jetzt nicht wieder mike minga nehmen das ist ja so mein evergreen muss ich sagen wir wollen auf jeden fall ein teuter haben die schusshand ist oder die die quasi die greif hand definitiv bei mir rechts und die schläger hand links jawohl trikot nummer 13 vielleicht fallen auch dem einen oder anderen jetzt beim sound was auf ich werde das mal nicht weiter kommentieren ich hoffe dass die lautstärke spiel zu dem wie es kommentiere passt ich habe es eben vorher ein bisschen angetestet ich war jetzt der meinung das könnte so ganz gut passen und ja schauen wir mal wenn da irgendwas zu laut oder zu leise ist dann kann ich das auch für folgende aufnahmen grundsätzlich egal was ich dann an content produziere anpassen aber das ist jetzt hier erst mal meine kleine neue einstellung bin mal gespannt ob der ein oder andere da eine anmerkung von euch zu hat so ist auch interessant egal man das hat er schon so gemerkt ne tom karlmann ja sag jetzt mal in anführungszeichen soll ja auch deutscher sein sag ich jetzt mal jetzt gehen wir mal auf weiter ich glaube auch dass man die nation hier einstellen kann ganz klar oh gott das ist ja jetzt hier wieder die absolute kunst also ich will da jetzt gar nicht so ein riesen krimi draus machen ganz ehrlich haarfarbe vielleicht so und zurück kein bad oder wenn dann nur so was leichtes hier das ist auch okay bad länge es ist auch eigentlich ganz 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 nett gemacht playoff bad maximale länge auch interessant okay ja leute das gehört halt dazu mir würde er schon so eigentlich taugen ich gucke jetzt einfach nur dass hier farblich ein bisschen was zusammenpasst mehr will ich eigentlich gar nicht fanghandschuh blocker die pets oh gott nhl natürlich also das ist natürlich schon schön gemacht ne da brauchen wir nicht drüber reden das ist eigentlich schon ziemlich geil gemacht muss ich sagen sogar schöne auswahl natürlich nehmen wir dann hier auch was von unseren rangers so kleidung präsentation wir gehen mal auf weiter jawohl das speichern wir archetype ach ja stimmt hier gab es ja immer dieses ding ne ihr seht es jetzt hier aggressivität handschuhe hoch schläger hoch poke check stärken schwächen beweglichkeit und dann kannst du natürlich hier so ein bisschen den hybrid zwischen beiden nehmen oder natürlich dann den der hier irgendwo dann doch spezieller ist sozusagen wir starten diesmal nicht in europa würde ich sagen ich würde sagen wir starten in wir gehen mal direkt in die nhl rein denn ich bin letzte saison tatsächlich ich glaube in diesem entweder memorial cup gestartet oder es kann sogar hier gewesen sein und ich gehe natürlich logischerweise wenn ich das könnte ich würde natürlich die rangers wählen hier und wir starten unsere karriere leute ich freue mich drauf ich hoffe ihr auch und dann gehen wir jetzt mal rein hat ja auch was man muss ja die karriere dann auch nicht immer genauso anfang wie letztes jahr ich denke das ist für euch nachvollziehbar könnt ihr gerne mal reinschauen und ja das ist tatsächlich ihr fast real muss man sagen dann letzte nacht oder die letzten zwei nächte haben die rangers tatsächlich die vorbereitung in die nhl-saison begonnen einmal bei den new jersey devils das erste spiel und zu hause im garden gestern nacht heute ist freitag der sechste zehnte übrigens beim zeitpunkt dieser aufnahme und da haben die rangers entsprechend das spiel gegen die boston bruins gehabt haben leider beide verloren aber ich habe noch nicht so recht den überblick inwieweit das ganze dort schon mit den stamm spielern getestet wird und so weiter und so fort da muss ich mich dann auch erst mal wieder rein fuchsen so wir schauen uns das ganze jetzt hier mal an das sind also meine werte okay das kann ich natürlich dann auch irgendwann verbessern mit xp und spielfortschritt das ist klar denke ich mal ich denke auch das ist hier klar fähigkeiten baum verbessere deine fähigkeiten ein mp ist hier nutzbar aber ich glaube ich kann jetzt hier noch nichts weiter freischalten das war erst mal hier so eine art menü und ich würde sagen dann gehen wir mal rein bin gespannt was mich jetzt erwartet habt viel spaß die umkleide der new york rangers ich schaue mich um wie ihr seht ich habe ein breites lächeln auf dem auf dem mund muss ich sagen ich habe die kabine tatsächlich schon gesehen im original ach herrlich ich stehe heute Abend nicht in der startaufstellung natürlich soll das dann logischerweise simuliert werden auch klar das ist ja alles jetzt saison vorbereitung ganz klare situation schauen wir mal rein er will immer noch dass ich hier irgendwas mache ich habe es jetzt vielleicht irgendwo übersehen mein gott hier oben die sachen sind verfügbar verstehe ich kann jetzt also hier einen punkt vergeben und schauen wo ich den hin haben will ja im prinzip kann man alles verbessern wie ihr seht ich würde jetzt vielleicht erst mal auf dieses merkmal hier gehen dass wir hier zum beispiel schon mal reingehen können das ist okay das haben wir als aufgabe jetzt gemacht jetzt möchte er immer noch was von mir hier ah es gibt immer noch einen verfügbaren punkt okay leute sorry dass ich das jetzt eben ein bisschen übersehen habe seht es mir nach ich bin auch keine 25 mehr so hier da ich ich gucke jetzt eigentlich auch immer so ein bisschen auf die die anfangswerte hier seht ihr das beweglichkeit machen wir einfach mal so ich hoffe jetzt sind wir hier glücklich und dann schauen wir mal vielleicht kriege ich ja jetzt schon einen ersten einsatz letzte woche habe ich 1900 xp erhalten okay das nehmen wir jetzt erstmal so zur kenntnis und dann bin ich mal gespannt ob ich möglicherweise hier im preseason game eine chance erhalte nein erhalte ich nicht und der coach spricht mit mir ja ich muss sagen so ist es tatsächlich ich sag jetzt mal an das an das ich mich erinnern kann ohne dass ich das jetzt negativ meine 1 zu 1 der beginn wie letzte saison kann man gut finden kann man nicht so gut finden die spielehersteller tun sich ja mittlerweile alle schwer NBA genauso NHL EA Sports ehemals FIFA wenn sie Karrieren so auf Positionsbasis anbieten oder auch Manager Karrieren ihr könnt überall mittlerweile zum Vorjahr und immer wieder von Vorjahr zu Vorjahr ihr könnt die Unterschiede mit der Lupe suchen das muss man einfach mal auch dazu sagen aber wir gehen jetzt hier natürlich mal rein hey Tom du musst unbedingt besser werden sonst bin ich mir nicht sicher ob du es in den Kader schaffst geht klar Coach ich halte das Tor sauber und verhelfe dem Team zum Sieg bring deine Sonnenbrille mit Coach du wirst von meiner Zukunft geblendet sein ich glaube ich werde erstmal eine solide Antwort geben und Coach sagt danke bis später und dann ist das Gespräch schon beendet klar er baut natürlich jetzt einen gewissen Druck auf ganz klar ja das nächste Spiel gewinnen okay das ist jetzt quasi meine erste Aufgabe im Spiel und ja ich freue mich drauf ich hoffe dass wenigstens jetzt hier die Steuerung für mich so ist dass ich irgendwie mit zurecht komme wie gesagt ich hatte das thematisiert die Hybrid-Steuerung wird die Hybrid-Steuerung wird dem Vernehmen nach erst Ende Oktober wieder von NHL 24 und EA nachgereicht bis dahin gibt es halt die Total Control und die Skill Control und ja schauen wir mal ich weiß nicht was ich weiß nicht ob er hat dass er genug ist dass er die Rostre-Steuerung ich würde gerne sehen ein starkes Leistung okay ich weiß nicht ob wir die besten Version von ihm in fact ich glaube nicht ich glaube nicht dass er noch nicht gesehen hat aber er hat eine andere Art und ich mag das wie er spielt und das ist ein bisschen ein ein wie ich bin natürlich gespannt ob ich dem Team helfen kann das Spiel zu gewinnen die Rangers im Angriff ja gut was soll ich dazu sagen ne der erste Schuss gleich ein Treffer das ist immer undankbar Egal naja immerhin gute Parade dann sehen wir hier natürlich auch den Druck als neues Gameplay Element das ist noch nicht so ganz ausbalanciert sehr gut gehalten immerhin und die Flyers hier schon mit ordentlich Offensivdruck sehr gut sehr gut sehr gut Adam Fox Wheeler Panarin ein ah das macht schon wieder Spaß muss ich schon ganz ehrlich sagen oh gut gehalten gut gehalten kommt kommt Rangers haltet gegen sehr gut sehr gut sehr gut na jetzt komme ich besser rein ah das dürfte eine Zeitstrafe geben ah ich sollte rausgehen da habe ich jetzt gepennt hätten wir natürlich Überzahl gehabt auch wenn es nur ein paar Sekunden gewesen sind oder wären jetzt schaue ich natürlich und hoffe natürlich dass mein Team hier den 1 zu 1 Ausgleich macht oh schade 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 aber aber so richtig Druck kriegen sie auch nicht auf den Puck und das dann Unterzahl schade kommt Rangers boah schöner Schuss Jakob Troba iiii schade na der Druck der Rangers steigt macht echt Laune Leute merke ich jetzt schon wieder also dieses Bier Pro ist echt cool und die Rangers oh da ist der Angriffsdruck jetzt langsam richtig hoch let's go Rangers ist natürlich ein Traum ne dass ich hier gleich bei denen im A-Kader stehe aber ich finde es ist ein interessanter Start auch in die Karriere definitiv wer es wissen möchte die Kamera kann man umschalten mit der großen Taste auf dem Playstation 5 Controller also die große mittig let's go Rangers Zibanejad hier ja schade viel zu unplatziert Zibanejad, Adam Fox, Panarin ist natürlich auch für mich vom Kommentieren her schön weil das natürlich mein absolutes Lieblingsteam ist und da ist er drin die New York Rangers stark Atemi Panarin stochert ihn rein sehr schön wir schauen uns das Tor nochmal an schön gemacht hier ein Blick in den Madison Square Garden ich liebe diese Halle ich liebe diesen Verein an die Rangers hab ich mein Herz verloren das macht mir schon allein deswegen jetzt hier wieder doppelt und dreifach Spaß aber ich muss mich natürlich konzentrieren ganz klar wir sind noch im ersten Drittel sehr gut im Moment kann ich mich auf mein Hinterteam verlassen oh schön verteidigt aber auch gut gedacht vorne muss natürlich immer auf der Hut sein D-Rangers Wiela Zibanejad Vier Minuten noch im ersten Drittel den save ich natürlich kein Risiko eingehen aber ich hab natürlich dann den Bulli vor mir und möglicherweise auch einen schnellen Schuss vom Gegner auch klar oh die Rangers nach dem Puck Capo, Keiko Wesse sehr schön sehr schön oh Glück gehabt absolutes Glück gut gehalten gut gehalten die Rangers kommen mit dem 1-1 gehen wir auf jeden Fall ins zweite Drittel ja 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 es sah nach Adam Fox aus ich bin aber nicht ganz sicher nein war nicht Adam Fox Jimmy Wasey der links außen sehr schön sehr schön ja ich bin natürlich jetzt voll von der Kondition Und Ausdauer etc. Stark, der war stark gehalten. Sehr gut. Klar, natürlich dachte ich schon nach dem ersten Drittel, gute Nacht Marie. Logisch. Und auf ins zweite Drittel, Leute. Klar, davon ist auszugehen, dass der Gegner nochmal ordentlich drücken wird. Nein, nein, zählt nicht. Da wurde ich im Torhüterraum unerlaubt angegriffen. Hier seht ihr das. Ja, korrekt entschieden vom Torhüter. Äh, vom Torhüter, sag ich schon. Vom Schiedsrichter sehr gut entschieden. Und auch eine gute Reaktion von mir hier. Klar, da ist der Puck frei, aber er darf mich da natürlich nicht anrempeln. So wie er es hier vom Kontakt her gemacht hat. Und sehr gut entschieden vom Torhüter. Und weiterhin 2 zu 1 für die Rangers. Wie ich auch finde von den Spielanteilen absolut zurecht. Oh, jetzt haben wir Unterzahl. Natürlich gefundenes Fressen für die Gegner. Ganz klar. Boah, schwer zu sehen eben. Boah, schade. Schade, 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 schade. Die Rangers in Unterzahl. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier. Ah, sehr gut, sehr gut. Wir gehen jetzt in ein 4 gegen 4. Das ist gut. Die Flyers leicht im Vorteil bei den gewonnenen Bullys. Oh, jetzt die Rangers im Powerplay. Stark. Let's go Rangers. New York's going to start with the puck inside the offensive zone. Lose the Tournamental. Oh, he comes up with a stop. Goaltender covers up and will get a faceoff. Hitlicks at the faceoff dog. Ready to win this John the Man advantage. Über so ein 3-1 würde ich mich natürlich logischerweise freuen. Spiel links, Spiel links. Wie lange braucht er denn da für den Nachschuss? Das gibt's ja gar nicht. Halten fest, halten fest. Jawohl. Komplett richtig, komplett richtig. Unübersichtliche Situation. Immer festhalten. Immer. Oh, wieso steckt er da noch nicht rüber? Rechts war doch so schön ein zweiter Angreifer frei. Ah, das darf mir nicht passieren. Geistig schneller als ich in dem Moment. Der Angreifer der Philadelphia Flyers. Ah, das habe ich nicht gut gelöst. Ja, die Rangers aggressiver. Klar, ich meine, wann willst du deinem Ersatz-Torhüter oder dem Ersatz-Ersatz-Torhüter, welche Rolle ich auch immer spiele. Ja. Wann willst du demjenigen eine Chance geben, wenn nicht in einem Preseason-Game? Panarin. Jawohl. Zibani Jatz. 3-2. Let's go Rangers. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Links, rechts, links. Ah, der ist sogar rechts, rechts dann vorbeigeslidet. Oh, schönes Tor. New York hat einen 1-Goal-Lead hier in Period Nummer 2. Ja, jetzt ist es um nicht zu sitzen, nicht zu sitzen, nicht zu sagen, hey, wir haben einen Lead, wir werden ihn protektiv, aber wir werden aggressiv und versuchen, mehr zu gehen. Gut gehalten, gut gehalten. Ja, wird sicherlich ein enges Spiel bleiben, man sieht es ja. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh. Ja, sehr schön, die New York Rangers. Versüßen sie mein bis hierhin insgesamt solides Debüt. Das wäre toll. Oh, gut gehalten. Sehr schön, sehr schön. Gute Parade. Der war nicht einfach oben rechts. Mein kleines Zwischenziel ist tatsächlich hier vielleicht mit dem 4-2 ins letzte Drittel zu gehen. Let's go Rangers. Oh, Wahnsinn. Diesen verdeckten Schuss, der so rechts neben dem Pfosten nach hinten an die Wande ging. Kaum gesehen. Echt cool. Macht total Spaß. Ah, da sah ich nicht ganz so souverän aus. Ja, ist ja richtig. Hier erstmal ein bisschen Entlastung und wieder Powerplay für die New York Rangers. Also im Moment würde ich sagen, läuft es für mich ganz gut. Das ist die Name und preparation ist key. Otherwise, things like this happen. Puck picked up by Keko. Eskates to the crease. Und dann geht es auf den Flucht. Oh, schön gespielt von New York, schön gemacht. Ui, ui. Uuuuh, stark. Stark, wir nähern uns langsam dem Ende des zweiten Drittels. Boah. Boah, stark. Boah, stark. Die Philadelphia Flyers hier in richtiger Bedrängnis. Aber jetzt können sie sich kurzzeitig befreien, aber Fox hier wieder. Wheeler, Fox und da ist das 5 zu 2. Und das war die logische Konsequenz dieser schönen Angriffswelle, so möchte ich es mal nennen. Und ich bin natürlich super zufrieden. Tom Kallmann hinten im Tor. Schönes Tor, wir schauen uns das nochmal an. Ich bin von der Stamina hier gut dabei. Werde im Moment überhaupt nicht gefordert. Werde im Moment überhaupt nicht gefordert. Ah, sehr gut, sehr gut. Und komm, wir gehen mit dem 5 zu 2 hier ins letzte Drittel. Da kommt es sogar fast noch zur Schlägerei. Ja, sehr geil. Sehr geil. 2 zu 2 dann wieder ein bisschen Unachtsamkeit bei mir, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. War der Gegner in der Situation einfach schneller. Ja, schaut euch mal die Statistiken an, dass das hier verdient ist. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ein Drittel haben wir noch. Und da möchte ich natürlich hier auch weiterhin ein guter Rückhalt sein für meine Mannschaft. Ah, sehr schön. Schön XP geholt da eben mit dem Pass. Aber da war der Pass ja auch gut spielbar. Ja, ich will da nicht zu viel Risiko gehen. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance bei dem Schuss. Zurückgelegt. One-Timer. Sofort. Hart. Also ich habe mittig, hochmittig gesehen. Genau so ist es. Keine Chance. Urgewalt. Urgewalt. Ja, genau. So kann man das auch nennen. Ja, ich möchte natürlich jetzt auch nicht dafür sorgen, dass es nochmal spannend wird. Ne, ich denke das versteht ja auch. Ne, ich denke das versteht ja auch. Ne, ich denke das versteht ja auch. Powerplay. Und da müssen die Rangers jetzt richtig Druck machen. sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Adam Fox, starker Nachschuss, starker Schuss, die Rangers setzen sich fest hier im Powerplay und hier gibt es einen Bulli. Schön gefangen vom Goalie. Ah, jetzt gibt es viele Unterbrechungen hier. Wiesbem merken, dass sie hier noch schorthand sind, als sie bereit sind für das Fass-Off. Sie gewinnen den Dreh und gehen auf den Attack. Musik zu Fox. Great defensive effort with the stick. Philadelphia's got a chance to work the transition game now schorthand. Here we go, Pucks in deep. Handles the pass. Ah, selbst für das Stellungsspiel gibt es, wenn der Gegner kommt, zum Teil XP. Auch interessant, das ist mir jetzt eben das erste Mal aufgefallen, dass das in dem Zusammenhang eingeblendet worden ist. Musik. So, wir gehen wieder hoch. Nein, 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 nein. Das habe ich auch gleich gemerkt vom Körperkontakt her. Das kann nicht hier, ja. Auch wieder gut entschieden, konsequent entschieden und auch richtig entschieden. Nicht, weil es das Gegentor für mich verhindert hat, sondern ich habe das auch am physischen Kontakt gemerkt. Hier gerade, ich sage jetzt mal im Strafraum, das ist ja wie beim Fußball, kann man ja fast sagen. Da wird der Torhüter ja nochmal besonders geschützt. Und wir haben Abseits. 21 zu 40 Schüsse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Klasse. Ah, Torhüter macht so mega Spaß. Andere Positionen könnte man ja auch mal irgendwann spaßenshalber probieren, einfach mal um den Unterschied auch zu wissen. Macht sicherlich auch Spaß. Aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Jetzt haben wir mal unsere Torhüterkarriere gestartet. Wir durften gleich in der NHL im Dritten. Ja, scheiße. Er umkurvt mich. Ich rechne nicht damit. Und schon wankt mein Traumdebüt. Mist. Da ärgere ich mich jetzt richtig. Oh, die letzten zwölf Minuten werden auch mal richtig spannend hier. Na, welche Mannschaft kriegt jetzt noch einen Push? Wollte gerade sagen, das Momentum liegt ein bisschen bei den Flyers. So sehe ich es auch. Und jetzt haben wir auch noch das Powerplay gegen uns. Natürlich nicht so cool jetzt. Ja, Wessi sorgt hier erstmal für Entlastung. Das ist wichtig. Rauf da mit dem... Boah. Über die Bande gecheckt, den Kollegen. Guck mal, da kommt er bei den Rangers wieder raus. Wie geil war diese Szene eben. Das sah cool aus. Auch cool, dass das so, ich sag jetzt mal, geht und von den Animationen ja auch gemacht wurde. Cool. Ja, da geben sie den Puck natürlich weg. Oh, das ist schlecht. Der war stark gehalten. Wäre ich da mit Zehntel oder zwei Zehntel später weiter rechts unten gewesen, das Ding wäre drinnen gewesen. Oh. Mache sie kalt, Double XP, auch nicht schlecht. Let's go Rangers! Oh, hab ich Glück gehabt. Foul, faul, ja. Da würde ich mal sagen. Powerplay für die Rangers. Let's go Leute, kommt. Macht das 6-4. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Nachsetzen. Komm, Wheeler. Let's go. Oh. Okay. Das ist immer lustig. Ich möchte selber spielen, wenn die immer am Bulli stehen. Ich habe auch selber tatsächlich ein paar Mal gedrückt im Laufe des Spiels. Oh, nochmal Powerplay gegen die Rangers für die Flyers. Ach, andersrum. Okay, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Fünf gegen drei. Da muss eigentlich die Entscheidung hergehen. Da lege ich mich fest. Du musst aus dem 5-3 eigentlich ein Tor machen. Oh, ein Schüsschen aus der Drehung. Ja, das ist jetzt die Frage. Kommen die Flyers da nochmal raus? Der Druck ist natürlich immens. Geil gespielt. Ja, sehr schön gespielt. Bisschen Glück, aber ich glaube, hochverdient. Die New York Rangers. Anton Blit. Schön aufgepasst. Da war der Kasten natürlich komplett frei. Oh, ich liebe NHL 24. Ich fange es wieder an, richtig zu lieben. Ja, schade. Ja, schade. Ich kann mich jetzt gar nicht auszeichnen mit der Double XP, weil die gar nicht mehr vor das Tor kommen. Aber ich will es mal nicht beschreien. Oh, den habe ich aber rausgekratzt hier von der Linie. Geile Situation eben. Schön gemacht. Schön gemacht. Ja, Empty Goal könnte natürlich jetzt noch ein Thema werden bei den Flyers. Ob sie es bei zwei Toren Rückstand in der Preseason so spielen. Ich denke mal, da unterscheidet die KI wahrscheinlich nicht. Ja, auf Adam, Fox und Co. gerade in der Defense ist Verlass. Das wird auch tatsächlich in der neuen NHL-Season der große Trumpf der Rangers bleiben. Die sehr, sehr gute Verteidigung. Natürlich haben die auch gute Angriffsspieler in ihren Reihen. Und da ist natürlich jetzt noch das 7 zu 4. Und das dürfte Mr. Fox gewesen sein, oder? Also schnell sehe ich es nicht, aber ich habe ja das Gesicht gesehen. Ja, das war die 23, Adam Fox. Außer ich hätte mich jetzt komplett verschaut. Sehr gut. 7-4 ist natürlich ein fettes Ergebnis für ein Preseason-Game. Mal sehen, ob der Trainer mich vollnüllt, weil ich 4 reingelassen habe. Und dann ist es auch nicht so gut. Sehr schön. Es gibt XP für den Sieg. Hinter Cesterkin kann ich nur lernen. Und Tom Kohlmann. Insgesamt würde ich sagen, bin ich mit meinem Debüt zufrieden. Definitiv. Das erste und das letzte der vier Gegentore hätten so nicht sein müssen. Aber ich musste ja auch erst mal reinkommen, gerade beim ersten. Und das vierte dann halt, ja, war der Gegner einfach schneller gedanklich als ich. Sehr schön, sehr schön. Hier sehen wir nochmal die. Stark. Zwei Tore, ein Assist für Adam Fox. Zweiter Star im Spiel. Und der beste Spieler. Ein Tor, drei Assists, neun Checks. Mika Zibanejad. Auch ein absolut geiler Spieler, den ich auch im Realen bei den Rangers extrem liebe. Ich bin gespannt, wie jetzt das Fazit ausfällt vom Coach. Ah, da gibt es jetzt mal abklatschen. Ja, das ist schon stimmungsvoll gemacht. Das ist schon einfach sehr nett. Jetzt, ähm, der Reihenscore zeigt deine Position innerhalb der verschiedenen Reihen an. Er steigt, wenn du gut spielst, Punkte, Schüsse, Treffer, Saves und Herausforderungen abschließt. Jede Position hat einen Primärreihenscore. Für Feldspieler werden außerdem folgende Werte angezeigt. Dack, 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 dack. Okay, nehmen wir mal so hin. Follower ist auch klar. Legacy, klar. Leistung, Coach, Feedback. Paraden 24. Schüsse, Gegner 28. Finaler EP-Multiplikator. Ja, würde ich sagen, das sieht doch insgesamt ganz solide aus. Ich habe 752 Follower dazu gewonnen. Das ist ganz wichtig. Marke, Management, Mitspieler. Da gibt es noch nichts weiter zu sagen. Das ist auch okay. Man muss es ja nicht übertreiben. Schaut wirklich gut aus. Zwei Merkmalpunkte freigeschaltet. Ja, das ist okay. Und Leute, das war mein, ich sage jetzt fast mal, Traumdebüt. Was für eine Folge. Pickepacke lang. Ich hoffe, euch hat es extrem viel Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Das Projekt. Das Projekt werden wir auf jeden Fall in NHL 24 spielen. Andere Dinge schaue ich mir an. Und auch da kann ich sicherlich mal einen Franchise-Modus anspielen, euch das mal zeigen. Es gibt den Hockey Ultimate Team Einsteiger Guide schon auf dem Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal supportet im Bereich Sports Gaming. Und ich bin gerne bereit, in NHL 24 auch mehr zu machen. Könnte die Tage mir vielleicht mal eine Umfrage vorstellen. Aber das Ding ziehen wir auf jeden Fall durch. Da keine Angst haben. Und dann sage ich, Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge. Bis zu den nächsten Videos. Auch was andere Sportspiele angeht. Macht's gut, Leute. Bleibt mir trau. Trau ist gut. Bleibt mir treu. Ciao, ciao.